erst mal wieder das bild groß und hat so ich auch da müssen wir rein kommen da nicht gerade her da steht da noch wenn ich das jetzt hinschmeißen könnte das aufheben ja er ist noch recht gut ring wir brauchen als kette oder das teil so der elementar jemand der eine einhand waffe hat ich glaube ich bleibe bei dem stab der war eigentlich ganz gut ich habe mal den ring mitgenommen ist doch der für die zweite und in den einhand der elementar schlechter ich habe eine zweihand waffe so dann schauen wir uns das ganze invent an das sollte ich auf jeden fall austausch wie viel schaden was denn unter angriffsstärke 319 probier mal diese kombi aus hier aufheben wer ist will was ich hier raus werfe so dann nehmen wir da mal wieder raus wieder auf controller das aber ich hatte noch eine andere einhand waffe die habe ich jetzt genommen jetzt bin ich bei 340 ok wo sollen wir uns denn mal rumtreiben jetzt weil es sagt wieder hier durch na da geht es wieder raus moment da ist die man jetzt weiter hier an der tür geht es weiter warum hast du mich jetzt ach so du bist hier schon durchgerannt hier wollen wir vorne sprechen ist versiegelt hier der macht die was jetzt auch schon gesprochen da kommt er naja sie ok er von der questgeber es ist es ist die gleiche wie vorher es sollte es leichter sein es sollte es wiederholen aber warum würde jemand es hier benutzen eine Art von herausfinden natürlich wir können nicht alles aufhören von Lilith ich öffne die dritte und wenn wir die dritte wir arbeiten schneller in diese Weise nur wenn du hier Okay... Who is here? Yeah! Föhlenbrut! Föhlenbrut! Macht sie fertig! Einfach mal so! So... Ah? Tobe! oh guck mal dachte gerade schulden ein boss nein ein nichts wie der weg geschmolzen ist ja Was ist das? Let's go. hmm jetzt auch da geht es durch oben hier hier geht es weiter um das tor das sieht nur schick aus wir haben sogar die controller vibration mit eingebaut auf dem pc krass wir auf der playstation aus das ist voll ungewohnt aber wenn ich jetzt schaden nehme wie britt hast du jetzt sterbe ich dann nicht mehr so häufig ja der job mir immer ausmalen das ist schwer es das ist viel oder das hat er denn genommen hier gar nicht genau genau in den feuerstrahl danke schön so brauche ich das das war es dann ok wo geht es weiter ja bitte einfach zurück zu store dann seid ihr direkt da es funktioniert wir haben das buch gefunden und das vorsiedende buch zu doch oder nicht wollte gerade nicht irgendwie es läuft das video das ist nicht was wir suchen nein aber es kann trotzdem funktionieren es muss ein Spell in diesem Buch wir können um meine Mutter zurückbringen sie weiß das Ritual um zu crossen die Black Lake bist du sicher das ist eine gute Idee das ist alles das wir haben meine Mutter wird uns durch und und entspannt mit dem controller hier so so verquatschen hier wieder durch dann war noch da wir anschein aber hier unten geht es ja nicht weiter mit der quest aber ganz schönes stück da hoch erstmal die stadt verkaufen ja das ist so verkaufen wir hier was ich hier von gebrauchen können da so ja so ich bin und das ist da ich bin also das verkaufen ist mit dem controller ja echt schon geht auch ein gekriegt beide musste ich einmal bestätigen aber jetzt läuft das auch so durch wollen oder nicht so das war handwerk okay ich werde da hochlaufen müssen glaube das müssen wir alle ja und da aus oder von wo aus ein wald aus oder da muss ich gleich mal schauen da sind wir nämlich stehen geblieben glaube das ist von hier aus fast am nächsten oder hier auch durch oder Oh, come on. und dafür hast du was schönes bekommen ja das ist gut maximum an skelett kriegern wird um zwei erhöht steht da sehr schön einer nicht bei mir ja 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 ich muss ja mal alles kaputt machen und gold rum unterfaller hat mir gerade einige klatscht das hat mir fast mein ganzes leben gekostet ja also groß und freude besser aus dem weg so oder weiter im text immer schön der linie nach krank wenn die dann auf einmal so aus der ecke geschossen kommen und dann gehst du erstmal in deckel und schon wieder zurück ja eben für die beta jetzt aber kapazitäten hochgefahren denke mal dass das noch einiges flüssiger wird also um zurück jetzt aber eben ich irgendwas kommen ja das gegenstand versiegelte exorzisten truhe hat er da wohn ist bekommen doch mal auf wird nicht festgeschossen so schade ich habe hier eine quest probably komm nö ach so ok wo komm mit senso männer hier kommt 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 wieder rückwärts gelaufen ob die noch hierher oder was da ist im weg kann man auch nehmen oh ja voll da wollen da rein links loch einigen rast ein loch im wohnen wenn man ja alle platz da drin aber gucken da müssen wir ein zweiter draußen lassen als wache drohen sehr schön war schon wieder willst du noch weiter? ja nö nö ich bin nur ein level aufgetrieben ja sehr schön hier hoch geht es weiter ja ich muss auch mal eben gucken ja ich gehe gerade dass ich auch einen fertigkeitspunkt habe ich werde mal eben vergeben hier habe ich nicht doch 5 äh zuweisen war da ok ok hier die treppe hoch dann landen wir in einem roten gebiet doch wenn wir gehen kriegen vorsichtig so wenn es dann gerade tief ist Wollen wir quatschen? Ich glaube wir haben es gerade aktiviert Wollen wir hier oben gucken? Das ist hier unten Ok Ich komme Oh ja Oben ist einer Ja ich komme mal da hoch Bis die wahrscheinlich so ein bisschen durchziehen hier ne Da noch ein bisschen So hier geht es schon wieder runter ok Ähm Geht es auch noch hoch Terrasse Ok Aber nichts mehr Hier ist nur einer Ja 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 schön So da gucken wir wieder So da gucken wir wieder So da gucken wir wieder So hier geht es weiter Einmal nach Norden Noch da drin So ich suche den Ausgang Hier Andere Seite So So Wo Wo ich auf dem Bin Aber ich komme Gegeben Was hier Da muss ja dann eigentlich auch Da ist nämlich der Questgeber So 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 oh yes straight your business reverend mother proper expects me open the gates yeah that's good yeah that's good you were good soldiers worked hard fought hard drank hard too brothers sisters i hope you find peace in these flames vigo what are you doing here so you lived i came clean to trauma about taking that woman's bribe yeah it's looking bad my ass is on the line might not have a job when she's done with me hey you're here for her right let's go together maybe she'll go easy on me if you're there yeah 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 ja oh she is expecting us hat irgendeinen schlüssel oder brecheisen oder einfach ein bisschen warten ah cool vigo here tells me you were brain you you will be made worthy of a blessing a holy war cannot be won with faithless troops make no mistake this war is holy lilith has brought the eternal conflict to sanctuary and denarius will deliver us as writ in prophecy also im wahren leben wäre ich jetzt raus ne wenn mir jemand sagt sein krieg wäre heilig dann bin ich du bist ein vogel den ich dann zeige du bist ein vogel den ich dann zeige du bist ein vogel den ich dann zeige du kannst mich auch sehr hilfreich machen komm nach den runden zu links von dir komm nach den runden zu links von dir oh wir dürfen jetzt töten ach die karte da dürfen wir hin bürgerreise äh markieren es warte gucken da einmal hier durch markieren ja wollen wir gucken ob die navis auch synchron laufen hier geht er aus seiner linie nach wir treffen uns da kommen wir gar nicht durch jetzt hm komm komm Was ist das? Was ist das? Hale Es ist ein Schrein, nach links zu hier. Es ist ein Relic. Ich habe gesagt, dass es dein Geist aufhörst. Es schützt dich, Körper und Herz. Es schützt dich aus. Es schützt dich, vorbereitet dich vor dem Vater. Ich hoffe, dass du nicht viele Erinnerungen hast, Freund. Dieses Kind ist für einige, als andere. Schau mal, okay? Ich finde dich am Ende. Ich glaube, Fragen möchte ich nicht mehr stellen. Habt ihr schon das Navi an oder laufen wir hier? So, wir sind ja schon da. Ich glaube, das geht nur in eine Richtung. Da kannst du nur runterrutschen, nicht hochrutschen. Was ist das? Hör auf, creature of darkness. For you have wandered beyond the reach of the light. Lift your sins. Breathe deep the cold air. The path to redemption lies before you. If you have the faith to walk it. Das Ding kann noch einer nehmen. Hm? Das Ding. Ich hab's auch so genommen was. Ich kann's nicht mehr nehmen. Halten creature of darkness. Für you have wandered beyond the reach of the light. Ich bin ja jetzt hier so bisschen ... Zum nächsten, muss ich finden. Zum nächsten. Zum nächsten. Coolt. Oder was diehaber will. Weiter. Ich setz mal vorsichtseriver hier ... ... dann mal hier runterrutschen. Geht hier wie ... dem gucken wie das geht hier weiß hier runter ja stimmt agitiert der ort ist gut bewacht ob das noch das ding mal hier platzieren ja guck ganz theoretisch wieder wegnehmen du musst deine platte dann lesen und dann wieder aufnehmen hier guck mal jetzt noch mal so ein zauberstab ein einzelner jetzt bin ich bei 348 das sind 40 was ah cool stellenfahrt ist hier achso aber ich bin 15 ich müsste mir doch jetzt eigentlich auch mehr und dafür brauchst du leuchten und warte mal das hätte auf jeden fall zwei aber durchziehen hier 1 2 3 magie und 4 jawoll hat kommt aber hier oben gucken und da gibt es auch schon ich habe mal nicht gemacht das war es jetzt wieder lesen und dann wieder aufnehmen und wieder aufnehmen zum nächsten öfter mal was neues ja 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, einmal bitte wiederbeleben. Ich hab' nicht aufgepasst. Das geht mir genauso. Also ich liege hier auch so rum. Ich warte mal auf unseren Larunes, der wird das schon gleich machen hier. Alle Probleme hier. Ach was? Vorhaltig mal. Was geht's dir wie mir? Ich war zu langsam mit Meilen. Das war's für heute. Oh. Das kleine Traumstein würde gerne vom Boden gekratzt werden. Ja. Mal gucken. Sehr schön. Wie viele Bachtel, der Larunes mit hat. Gibst du mich auch auf? Ja schon. Was bin ich? Oh, ich bin nicht schon. Ja gut. Nehme ich den Start mal wieder auf, ne? Achtung, gib wieder Haue. Geh mal raus. Nämlich momentan keine Krieger. Oh ey. Ach der will bitte. Der hat irgendwas, irgendwas schweres gegessen oder so. Junge. Der wurde ist ja nicht gekommen. Warum rennt der, warum rennt der mit, mit, warum rennt der mit einer Säule rum? Du bist wieder tot. Oh. Ich komm, gibst du dieses Teil auf, ne? Ja, jetzt rennt der mit. Ich glaube ja tot. Pass mal. Ja, macht release glaube ich. Das bringt nichts mehr damit. Ich glaube ich speichere mal so. Ich glaube ich speichere mal so. Genau. Die letzte hier. was war Library? Ja. Ja, wer nicht? Wer nicht? Nein, habe ich wieder. Bei mir. Die nächste hier. Die letzte hier. müssen wir gar nicht geplant vorgehen erstmal hier unsere armee wieder voll machen unsere tränke voll machen